Einleitung und 360 Grad Ansicht Der Nachfolger der Nikon Coolpix S6500 ist die Coolpix S6600. Damit wirbt Nikon in der Einsteigerklasse um Käufer. Unterschiede gibt es zwischen beiden Modellen vor allem beim Display, welches nun dreh- und schwenkbar gelagert ist, den Tasten und der Gestensteuerung. Mit letzterer lässt sich die Kompaktkamera per Handzeichen aus der Ferne bedienen. Bei den weiteren technischen Daten ändert sich ansonsten nur wenig. Beim Objektiv setzt Nikon auf ein 12-fach Zoom mit einer Kleinbild-äquivalenten Brennweite von 25-300mm und einer maximalen Blendenöffnung von f3,3 im Weitwinkel und f6,3 am Teelerende. Verwackelungen bei Freihandaufnahmen mit zu langen Belichtungszeiten oder während der Videoaufnahme soll ein optischer VR-Bildstabilisator verringern. Zur Bildaufnahme kommt ein 1 zu 2,3 Zoll großer CMOS Bildsensor mit 15,9 Megapixel zum Einsatz. Dessen Sensorempfindlichkeit kann zwischen ISO 125 und ISO 3200 eingestellt werden, wobei über die H1 Stufe sogar ISO 6400 bei voller Bildauflösung möglich sind. Die Bildkontrolle ist bei der Nikon Coolpix S6600 über ein 2,7 Zoll großes Display mit 460.000 Subpixel möglich. Dieses lässt sich sowohl drehen als auch schwenken, was es bei dieser kompakten Kameragröße sonst noch nicht gab. Videos zeichnet die kleine Digitalkamera in Full-AD-Auflösung mit 30 Vollbildern pro Sekunde, H264-Codierung und Stereoton auf. Bei der Serienbildaufnahme kann die Kompaktkamera 12 Bilder pro Sekunde für 7 Bilder in Folge speichern. Auch ein WLAN-Modul ist bei der Coolpix 6600 mit an Bord. Mit diesem können Bilder unter anderem kabellos versendet werden. Manuelle Einstellungsmöglichkeiten gibt es hingegen nur wenige. Dafür sind mehrere Automatiken, Szenenprogramme und Kreativfilter vorhanden. Somit gibt es ausreichend Optionen für die von Nikon anvisierte Einsteiger-Zielgruppe. Mit Akku und Speicherkarte bringt die Nikon Coolpix S6600 163 Gramm auf die Waage. Bilder und Videos werden auf SD-Speicherkarten abgelegt. Neben diesem Einführungsvideo stellen wir Ihnen die Kamera in weiteren Videos detailliert vor. Darin erfahren Sie z.B. Näheres zur Ausstattung, den Bildstabilisator und der Bildqualität. ! ! Vielen Dank.